Yo, Kaspar, was geht ab? Prost, Ostern! Prostern, guck mal, wo wir sind! Alter! Wir sind in so einem richtig krassen Eierland, ne? Oh ja, und wir müssen heute alle seltenen Ostereier finden, denn du kannst links mal auf Eier klicken und dann siehst du, was es für welche gibt. Es gibt sogar ein Schu-Chu-Charles-Ei. Siehst du das da oben? Ich seh's gerade, das Schu-Chu-Charles-Eier. Und ich seh auch, das einfache Eier haben wir sogar schon eingesammelt, ne? Ganz genau, wir müssen heute alle finden. Ich bin mal gespannt, wo die überall versteckt sind, ne? Ja, ich schätze mal, die sind wahrscheinlich irgendwo in der Welt. Warte mal, ist das schon ein Ei hier? Dieser kleine Vogel? Ne, okay. Der ist nur ausgebüxt. Warte mal, locker, hier sind die... Denkst du das schwarze Ei hier vielleicht? Ne, ich glaube, die sind eher anders aufgestellt, eher so senkrecht, würde ich eher sagen. Na gut, na gut, irgendwo unter Wasser? Da hinten, ist so ein Wasser denn eins? Ne. Warte mal, hier ist das noch eins. Ihr müsst noch eins sein, komm mit. Oh, die sind voll viele. Hier ist eins, das ist nämlich das bunte Ei, und hier kommt man Wasser. Das Totenkopf Ei, glaube ich, ne? Ja, man, ne, so eine Robbe. Wow, stimmt, Robben Ei. Wie cool ist das denn? Warte mal, warte mal, warte mal, kann man sich auch verwandeln als die Robbe? Ne. Warte mal, hier ist auch ein Ei. Hier oben das Brunnen Ei oder so, ne? Was ist das? Will, der Wunsch, Wunsch Ei. Wunsch Brunnen Ei. Warte mal. Und hier ist auch noch eins ein Kanonenei, oder? Ja, was ist das hier? Wir müssen zwei blaue Eier... Wow! Was? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Sind wir im Piratenchip, oder wo sind wir jetzt hier gerade? Ja, und locker ist hier auch irgendwo ein verstecktes Ei irgendwo. Ich such grad mal, ob ich hier irgendwas finden kann. Oh. Oh. Bitte. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Bitte hier rechts, bitte hier links. Bitte. Alter, wie weit geht's denn noch? Hä? Links oder rechts? Warte mal. Ah, hier ist das Abzeichen. Geil. Ist das echt ein Abzeichen? Ja, ja, das werden. Also, Dinger! Wahrscheinlich! Mann, ey. Und hier ist Piraten eingefunden. Ah, ja. Sehr gut. Okay. Und raus. Oh! Hä? Was passiert mit mir? Was los? Irgendwas passiert mit mir gerade. Ich dachte mir Piraten... Mag ich nicht, dass ich ein Ei geklaut habe. Oh nein, komm raus da, los! Guck mal! Oh, ich weiß nicht, was es war. Das war im Fall echt sehr verrückt. Oh, okay. Aber Gott sei. Guck mal, hier ist noch so ein... Was ist das so ein... Wie heißen die noch mal? Äh, Robben-Ei. Oh, okay. Ach, diese Figur. Und die ist noch Melonen-Ei. Guck mal! Ja, wie lecker! Mmh! Und was? Oh, hier müssen wir hochklettern. Guck mal, hier können wir hochklettern. Okay, okay. Hier hochklettern. Hier hochklettern. Oh mein Gott, dafür brauchen wir 5 Eier, um mir reinzugeben. Haben wir doch schon, haben wir doch schon. Okay, komm rein, ja. Let's go! Oh, finde das Kürbis-Ei. Finde das Kürbis-Ei. Das sollte eigentlich leicht sein, oder nicht? Weil die Kürbisse haben ja alle diese Formen. Oh, ich hab's doch schon, oder? Ne, Kürbis-Pflaster. Hä? Ich hab ein Abzeichen bekommen. Okay. Ist das hier? Ah, ich hab's! Hä? Wo bin ich denn? Ich bin echt gut ver... Wieso? Nein! Ich bin unter der Erde. Du hast mich runtergeschubst unter die Erde. Ah, das ist mir eben auch passiert. Nein. Hast du das Kürbis-Ei eingesammelt? Ne, hab ich nicht. Ich muss mir das noch kurz holen. So, warte mal. Okay. Das ist nämlich kein Ei, das ist halt wirklich ein Kürbis. Ach so! Auch ein bisschen tricky, ne? Ich guck grad, ob ich hier irgendwie noch... Weg da jetzt! Oh mein Gott, das sind sogar so Klavierdinger. Aber ich guck grad, ob hier noch irgendwo ein anderes Ei aussehen ist gerade. Oh, man kann hier nämlich... Man kann hier nämlich hochgehen, sehe ich gerade. Ah, jetzt hab ich's. Du kannst hier so hochklettern. Okay, Kürbis-Ei gefunden. Sehr gut. Wieso gehst du da hoch? Oha! Das hast du dafür einen geeignet gefunden, hä? Erzähl mal. Guck mal, wie weit ich oben bin. Siehst du mich oben? Zeig mal. Oha, wie bist du denn da oben gekommen? Und hier ist ein Apfel. Ja. Und das ist, glaub ich... Das Apfel-Ei! Wie bist du da hochgekommen? Ja! Ach da, über diese... Mit dem Pfeiler. Mit dem riesen Pfeiler. Okay. Und ist da oben noch irgendwas? Die rennen nämlich weiter. Ich glaube... Oh Gott, was sehe ich denn da hinten? Da hast du ein Ei an sich... Hier ist auch noch ein Ei, was du übersehen hast. Das ist ein Affenei. Ja, wie cool sieht das denn aus? Wie, was für ein Affenei denn? Da unten, direkt am Baum, das Affenei. Siehst du das? Okay, warte. Ich guck mal. Das sieht ja cool aus. Das Affenei. Das hol ich mal. Unter der Brücke oder was hast du gefunden? Nee, da oben ist so ein ganz langer Steg nach draußen. Siehst du das? Und ganz am Ende ist ein Ei. Siehst du den da hinten? Ähm... Ja, komm wieder hoch. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Du musst da hochgehen, okay. Ich komm nach oben. Ich seh's nämlich gerade. Alter, da ist irgendein seltenes Ei da ganz hinten versteckt. Ich bin mal gespannt, was für eins. Oh, da sind sogar Bahnschienen. Ja. Und guck mal auch schön hier. Guck auch schön hier überall, ne? Im Rasen. Da kann überall noch was versteckt sein. Ja, ich guck schon in den Ecken und so. Ja, was ist das hier für ein Ding? Der fliegt hier, der Typ? Ja, das kannst du kaufen. Das ist so ein Fliegebesen. Pocket Pop. Okay. Hier müssen wir... Oh nein. Oh mein Gott. Nein, Glass Bridge. Oh nein. Squid Game. Rechts. Nein, links. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, verdammt. Das ist zweimal, zweimal links schon mal. Okay, aber dann habe ich jetzt die Lösung. Guck mal. Ich zeige jetzt, pass auf, wie du jetzt ein Profi machst. Und zwar... Zack. Zack. Boah. Nein. Links. Rechts. Rechts. Nein. Mannu. Oh Gott. Der letzte. Den letzten habe ich verhauen. Mal gucken, ob ich den jetzt richtig habe. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo du ihn gegangen bist. Ja, okay. Mal gucken. Links. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Oh. Links. Das Gem-Ei. Oh. Alter. Das sieht da richtig krass aus. Warte mal, da unten. Guck mal, da unten. Was ist denn da noch? Da ist ein komplettes Tor. So ein Ei in den Himmel oder sowas? Zwölf Eier braucht man dafür. Haben wir das schon? Wir haben jetzt schon? Ja. Oh mein Gott. Wow. Guck mal, da hinten ist ja echt das Ei. Wir haben genau zwölf. Ne. Oh mein Gott. Als ob. Hä? Und dann können wir von oben noch runter springen auf irgendwas. Ja, wie cool. Nein, Bro. Mann. Das war ja so schlecht von dir. Mann, ja gut. Hier ist jetzt das, das Angel-Ei. Einfach das Engel-Ei. Wir haben schon echt viele gefunden. Es fehlen gar nicht mehr so viele. Ja, aber richtig nicht. Es fehlen noch Raketenei. So Erdbeere und sowas. Oh, sieh noch Mond-Ei habe ich gerade gesehen. Mond-Ei. Okay. Ja, Mond-Ei. Ich guck mal im Himmel. Da muss wahrscheinlich irgendwo... Da, da ist so eine Plattform oben. Da muss wahrscheinlich der Mond irgendwie sein. Nein. Es gibt locker auch irgendwas, wo wir nur von hier rauf rauf springen können. Was so ein bisschen schwerer ist, weißt du? Ich guck gerade. Ich guck gerade. Du wolltest mich runterstoßen. Na auch. Gar nicht. Okay. Ich bin jetzt auf die Wolke drauf. Ich schaue gerade. Siehst du die Schokoladenwelt da hinten? Oh, da viele sind da noch. Oh mein Gott. Ich sehe es nur ein Tempel. Der Vulkan da oben. Der Vulkan. Zu dem Süßigkeitenbereich hier. Hier waren wir nämlich noch nicht. Okay, okay. Hier müssen auch noch viele Eier rumliegen. Okay. Klar, hier oben ist direkt ein Ei drauf. Was ist das denn für ein Ding? Sehr gut. Das ist das Cracked-Ei. So angeknackt. Das ist so ein Warzipan-Schwein. Ja, ja. Ist einfach so angeknackt. Warte mal. Locker hier drin im Eis. Das hast du doch locker übersehen. Im Eis? Oh mein Gott, das ist eine Höhle. Schade. War da eins? Ne, ne, war keins. Warte mal, wir können hier auch hochgehen. Was bringt das hier? Warte mal. Das ist eine Seilrutsche. Sehe ich gerade. Der wird jetzt hier hochgehen. Ja. Unten oder wo? Ne, hier. Dieser Seil. Das ist so eine Seilbahn. Hier ist ein Ei. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Ding? Angry Bird oder was? Ne, es ist so ein Fancy-Ei. Das sieht richtig cool aus. Oh, okay. Na gut, na gut. Also ich glaube einige fehlen auf jeden Fall noch. Wir können hier nochmal reingehen in die Höhle und gucken hier nochmal. Guck dir das mal an. Was ist das hier für ein krasser... Alter. Was ist das hier? Jetzt gleich kommt das Bleistift-Ei. Das sehe ich es doch schon kommen. Das Schulei oder sowas, ne? Ja, ja. Das ist doch keine Ferien-Ei. Was ist das für ein Ding? Ja, das Bleistift-Ei. Ja, das Bleistift-Ei. Wie du es gesagt hast einfach. Das heißt ja übertrieben witzig. Ja, safe. Was kann das? Oder schmeckt das? Schmeckt nach Bleistift. Nach Grafie. Guck mal, da hättest du auch so eine Eisburg. Waren wir da schon drin? Weiß ich gerade gar nicht. Ne, ne, eine Eisburg war noch nicht drin. Da oben hinterm Wasserfall. Da ist doch locker noch ein Loch. Warte, was ist das hier? Song-Ei. Was ist das? Die magische Miesmuschel. Oh, stimmt. Hinterm Wasserfall ist locker, oder? Ja, gut gesehen, gut gesehen. Denkst du was, nein? Oh, hier ist eine Höhle hinterm Wasserfall. Und hier ist noch ein Eisack. Hinter der... Wie, wo? Das Disco-Ei. Hier drüben. Wo ist die Höhle? Hier hinten beim anderen Wasserfall. Ach, da. Ah. Das Disco-Ei einfach. Das Disco-Ei? Und guck mal, man kann nach ganz oben gehen. Oh Gott, nein! Nicht mehr runtergefallen. Okay, warte. Ich komm mit, ich komm mit. Das ist nicht ganz wichtig. Waren wir nicht da eben schon oben? So weit oben waren wir noch nicht, oder? Doch, doch. Da waren wir noch eben. Da war doch das Ufo-Ei, oder nicht? Ja, du hast recht. Du hast recht. Aber warte, hier links. Da drüben. Da drüben ist eins. Auf dem roten. Wo? Auf dem roten. Siehst du's nicht? Dieser rote Draht hier. Noooool. Wie haben wir's nicht gesehen? Weiß ich auch nicht. Völlig übersehen. Das ist irgendwie das Superman-Ei oder sowas, ne? Ja, das ist das Würfelei. Okay. Cool. Style. Ja, Würfelei. Ja. Warte, hier unten. Da waren wir noch nicht drin, in der Höhle hier. Bei dem Süßigkeiten-Ding. Doch, da waren wir schon. Hier waren wir schon. Da hab ich schon reingeguckt. In die Eisbecher. Die nach unten? Hier waren wir schon. Hier waren wir eben gerade. Nein. Hier waren wir eben gerade. Nein, echt nicht. Hä? Hier ist ne krasse Orbi, die wir noch nie gemacht haben. Okay. Ja gut, okay. Das stimmt. Wir waren doch eben schon bei so einer Eisfabrik dauernd. Ja, aber wir sind reingefallen in den Schokoladenbrunnen. Ah. Ne, das meine ich nicht. Ich hab eben schon in so Eisfaffeln reingeguckt. Deswegen meinte ich. Ne, 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 ne. Na gut. Falsche Erinnerung. Oh mein Gott. Hier ist das Eisei. Oh. Lecker. Wie cool und lecker schmeckt das denn, Alter. Boah, das sieht doch cool aus. Das Eisei. Ne, hier vorne. Hier vorne war nämlich eigentlich auch noch, ähm, wenn wir so rechts rum gehen. Ja. War nämlich hier dieser... Oh, es geht auch noch, da. Es geht auch voll weit runter? Hä? Es werden gar nicht alle angezeigt. Es werden gar nicht alle angezeigt, alle Eier, ne. Bei dem Ding. Da steht nur unten, siehst du nur wie viele es noch hier. Es fehlen mir nur noch drei Eier. Es sind nur noch drei Eier. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ne, fünf. Fünf. Die hab ich auch noch nicht gesehen. Aber hier brauchen wir zwölf Eier um reinzugehen. Warte mal, hier ist auch noch mal... Hier haben wir das schon im Himmel. Nein, hier waren wir auch nicht. Du hast irgendeine komische Erinnerung gehabt. Also, ich glaub, du hast ne komische Erinnerung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, hier waren wir total. Alter, was ist das? Ja, guck mal. Was ist denn das für ein Ding? Da gibt doch locker das Grotei. Da gibt doch locker das Grotei. Ja, ja. Pau Egg. Oh, das ist locker. Und in oben ist locker noch eins, ja. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, nach oben. Ab geht's nach oben zum Mond ein. Zum absoluten... Wie hoch geht denn das? Hä? Alter! Das geht ja übel hoch, guck doch mal. Dauert ein bisschen, bis man oben ist, ne? Es geht ja übel lang. Aber dafür ist der Weg nach unten halt ein bisschen entspannter. Ja, ich hoffe, dass es gut ist. Wir sind ein bisschen schneller nach unten wieder. So, guck mal. Ich geh jetzt mal ganz kurz hier auf ganz chillig. Okay, ich bin schon fast oben. Ich bin schon fast oben. Also... Ich wohne noch ein. Nix da. Ich wohne noch ein, Alter. Hä? Hier ist noch ein Raketenei. Cool. Hä? Das heißt, hätte man das so mäßig gecheatet, dann hätte man das gar nicht bekommen, das Ei. Stimmt. Wird man hochgeflogen, ne? Stimmt. Ja. Sollten wir nicht so gut wie oben sein. Vielleicht ist oben aber auch gar nichts. Weiß ich auch nicht. Okay. So gut wie es geschafft jetzt. So gut wie geschafft. Doch, doch oben muss das sein. Wenn da jetzt oben nichts ist, dann habe ich Vertrauensprobleme. Ja, da ist eins. Das Mondei. Das Mondei. Yes. Cool. Wie krass ist das denn, Alter? Hier, nach unten. Ja. Oh, ich bin genau rein. Und hier war auch noch dieser, hier war auch noch dieser Bereich. Wir sind ja gerade hier reingegangen. Und hier waren wir nämlich auch nicht drin. Oder waren wir hier drin? Da war doch der Himmel mit diesem, wo oben das Wolkenei war. Da waren wir doch eben drin. Stimmt. Sag mal, Alter. Also wir sind einfach vergesslich geworden. Ja, aber du auch. Du bist auch vergesslich. Da oben die Glasbrücke. So, okay. Da war die Glasbrücke, ne? Locker am Spawn noch irgendwo, würde ich sagen. Bei dem Musikboden. Stimmt, wir sind da gar nicht in die eine Richtung gegangen. Genau. Wir sind nur in die andere Richtung gegangen. Ja, Alter! Hä? Das ist Dummei. Alles klar. Einfach fast übersehen. Ich gucke, ob hier oben noch eins ist. Nicht, dass da oben noch eins ist oder so. Ja, ich check mal mit. Ey, war nämlich das Sweet Kürbis-Denken. Locker noch versteckt irgendwo. Ja, weil... Und das ist auch Tempelwüste. Tempelwüste. Da waren wir auch noch nicht drin, ne? Nein, nein. Da waren wir auch noch nicht drin, ne? Ich gucke mal ganz kurz. Hier sind die Knoten. Zwei, drei, vier Eier noch. Okay. Ja, brauchen nicht mehr viele. Hier schön reingeht's. Oh! Hier schön um die Tempelnoten rum. Yes! Gar nix low. Das ist das Gefühl wie dieses eine Spiel, wo man mit den Fingern gedrückt halten muss. Äh, stimmt. In dem Klavier. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier schön... Oh Gott, wie weit geht das hier noch? Oh Gott! Ab, au! Und hier ist... Oh mein Gott! Ein Portal zurück. Ja! Das Piano-Ei. Sehr gut. Und hier haben wir nämlich... Die Tempelwüste. Wir gehen rein in den Tempel. Hier ist noch ein Ei. Hä? Und da muss noch ein Ei. Oh mein Gott. Wo ist noch ein Ei? Guck mal hier. Da und jetzt hier hochgehen. Ja, ja. Hier auf dem Weg ist das Ei. Wie hast du das denn gesehen? Sehr stark. Ich weiß auch nicht. Ich hab meine Augen aufgemacht. Meine Adler-Augen. Meine absoluten Adler-Augen. Aber hier ist auch... Hier oben ist keins mehr, ne? Komm, wir gehen rein in den Tempel dahinten. Ja, ab geht's rein in den Tempel. Weil ich guck grad hier. Ah ja. Es fehlen nur noch... Oh, es fehlen nicht mehr viele, Alter. Ich glaube im Tempel ist das letzte Ei. Wir gucken mal. Komm, guck mal da. Ich glaube auch, ich glaube auch. Und... Oh! Hier sind viele. Ey, hier sind viele. Eins. Natürlich noch eins. Das Kaktus-Ei. Zwei. Alter, hier sind gefühlt drei Eier auf einem Fleck. Okay, und jetzt? Kaktus-Ei. Oben noch locker bei der Obby. Das müssen ja die Obby machen. Die Obby müssen wir jetzt machen. Ja. Okay, komm. Guck mal. Ey, das muss das letzte Ei sein. So. Ab geht's hier nach oben. Zack. Zack. Ja. Okay, jetzt hier schön. Einer ist so ein gruseliger Tempel hier. Damit denn im Nichts... Ja, das sieht richtig verrückt aus. So. Oh Gott. Zack. Zack. Oh Gott. Hier lang? Zack. Ja, ist wirklich eins. Ein Kaktus-Ei oder sowas. Und ein Tempel-Ei. Oh, Bro. Wie krass ist denn das? Das ist das krasseste. Das ist das krasseste. Ja, ich hol dich ein. Juuu. Das ist das absolute Eier-Turm. Juuu. Das goldene Eier-Turm-Ei. Das beste Eier. Wir haben alle Eier gefunden, Kaspar. Juuu. Leute, wir haben alle Eier gefunden. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Ostern. Lasst uns Like und Abo da. Da war es nicht so bei uns zuhören.